Ja okay, noch ne Folge, hallo. Moin, mach ich was einfach. Also zwei Eisenschwetter muss ich jetzt noch machen und dann... Ja, muss ja ein Wasser hinsetzen. Ja, ist durchaus fit. Zwei... Ich glaub ich am besten jetzt schon mal, dann kann ich schon mal anfangen mit. Obwohl, dann schade will ich jetzt erst mal machen, wenn wir die ganzen Dinger brauchen. Kannst du schon mal das, äh... Du kannst mich schon mal das Stuhl, äh, Scharpf hier in Feier gehen. Äh, das liegt dran. Ja, wenn... Ja, stimmt. Ja, stimmt. Das ist auch schon. Vor allem beim Lava-Hautkin, dann... Ja, stimmt. Ja, stimmt. Das ist auch mal Lava-Hautkin. Ja, das ist das. Das ist gut. Feiert sich das einfach nur gut verteilt. Ja, weil ich hab so fetten Leiter, die aus der Bühne, so fett an dir hat vorbeigelaufen, oh Gott, oh Gott. Oh, nice. Wenn's vier sind, könnten wir an sich hoch. Ja, ich glaub ich sind vier, genau. Oh, nein. Das ist geil. Warte. Ne, weil wir brauchen noch einen. Idiot. Wir brauchen noch einen. Scheiße, ich bin dumm. Oh Gott. Ja. Mein Chef, Junge. Ah, das ist jetzt unangenehm. Ja, dieses Knockback ist könnte ich... Aber Sharp 2 wenigstens so mal auf dem Fire pass oder so. Ja, ja, ja. Das macht mich auch ein bisschen Damage an... Also das heißt Damage, wenn du ein Pulpit oder Pulpit 4 aufbritzt und dann auf das auch nix. Ja, egal. Das Knockback könnte auch ein bisschen nervig werden. Ja, eben. Aber das will man zu, ne? Muss man machen. Ja. Also ich brauch' ich jetzt auch noch Level und dann halt Gaps. Ja. Mehr brauchst du nicht. Ja, wir müssen eben Gaps. Wir müssen halt Äpfel fahren und dann muss man. Ja. Danach könnten... Also müssten wir eigentlich netter, weil hier unten... Also... Wir müssen erst Äpfel fahren und dann Level. Ja, ja, das ist klar. Ja. Und zwischendrin kann man ja noch ein bisschen durchbraten, Level und so. Mhm. Vielleicht wenigstens bisschen was wollen. Wolle ich noch mal Dias zu machen. Auf jeden Fall. Ah, du hast hier schon Dias rausgebracht. Jetzt kann ich mir gar keine Hose machen. Ach so. Ah, ja. Ich hab meine Chefs vielleicht schon gemacht. Ja. Genau. Genau. Ja, sorry. Ja, egal. Wir finden das safe noch ein. Genau. Ach, ich finde ich... Oha. Anseite. Ja, genau, genau. Ja, jetzt muss ich mich ranhalten hier. Ja. Ja. Mal wieder die Minecraft hier. Ja, da ist einer dran. Ja, hoffe ich mal, dass hier noch ein Minecraft irgendwo versteckt ist. Nein. 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 Ich bin dir bei einem Schiff, ich bin Schiff. Dies! Ich seh. Ja, sind auf jeden Fall genug, ist mehr als einer. Ja, damit wir die X-ray, die X-ray, die X-ray, weißt du? Ja, natürlich, das weiß jeder. Wir sind die berüchtigen X-ray. Ja, okay, 6-Tiers. Oh, noch Mike hat aber keinen, ja, Junge. Sagen wir sogar noch Spare-Tiers, wofür immer wir Spare-Tiers brauchen. Hast du dir's? Ja, ich hab was gesagt, ich hab... Hab ich mitbekommen, Punk. Hä, denn hast du doch von X-ray geredet? Egal. Okay, Leute. Okay, passt. Egal. Dann vergift dir wegen der Scheißspiele. Okay, ich hab schon mal 2,3 und das eine Feier noch. Passt. Ja, okay, dann würde ich jetzt hochstacken. Jo, ich würd' noch mal kurz gucken, ob ich find, ob irgendwo Minecraft ist oder so, und dann ich auch... Ja, guck, hier ist noch Minecraft. 2 Minecrafts nebeneinander. 1 Gold und... nichts. Also, das waren die zwei schlechtesten Minecrafts, nie in der Wahrung, nicht wirklich. Stöck. Und dann auch hoch und machen dann oben ein Hose, beziehungsweise ich mache direkt auch P3. Oder P3. Oder P3. Wenn nicht so... P3 wäre natürlich... Oh, P3. Ja, ich bin ja schon One Piece P3. Was? Stimmt, das ist ja schon ein Schandes. Ich bin ja auch... Ich bin ja auch ein Schandes. Ich hab... Ich hab ja schon noch... Ich hab schon noch... Also, ich hab noch zwölf Level. Das heißt, ich kann auf jeden Fall... Oh, das ist ekelhaft. Ich muss jetzt irgendwas abbauen mit der Hand, damit ich mich äh... damit ich die Crafty Table placen kann und mir eine Stolzspitze machen kann. Ekelhaft. Das was zart. Ach, das ist cool. Ich dachte so, warum... Paar Stecken ist so unnötiger, Kram vor allem. Ähm, weil ich... Nein, egal. Mein scheiß Ding. Ich hab da Hotkey ab. Ich bin oben, es regnet. Okay. Ich hab einen guten Spot in Applebaum schon. Nice. Ja, ich komm einfach zu dir. Ich weiß halt grad, wo du bist, ne? Weiß wo ich bin? Nö. Ich bin bei... Ähm... 1.405... Ah, 1.500 und minus 250. 1.500? Ja, ich hab ja auch ein bisschen... Ich muss nur sagen. Ja, ich... Ja, ich... Ich glaube mal 1.500... Äh, was war nochmal Z? Etwa nach... Minus 250, weil... 2.25... Ja, okay. Ja, okay. Ja, dann gut für... 500 Blöcke noch laufen. Das... Geh schnell. Was wir... Äh, muss noch reintun, oder? Das ist ja gut. Aber ja, stimmt. So. Ich guck mal nebenbei immer noch mal auf... Paar, weil... Paar ist, glaube ich, auch noch mal... Komm, sollte... Weil ein Endschuss, oder? Ja, nämlich. Okay, ich hab grad... Ich hab' das vergessen hab' Ja, ich hab' das vergessen hab' Ja, ich hab' das vergessen hab' Ja, aber so ich mich kenne, das sogar passieren können... Aber ja, ich hab' gerade auch ein Teil... Äh, kaputten Schotter... Paar mit Ben of Art... Oh, okay. Warum... Komm, mal, kann man doch nicht darauf machen, oder? Aber man kann auch machen bis 12 Level... Da muss auch schon... Ja, das ist ja... Junge, was... Ich hab' nur... Ich hab' nur Sugar Train gefunden... Ja, das war ja gut, auch ich... Du, Play, erst mal... Gersperrt, erst mal den Weg bei Rhein... Ja, ja, wegen... Weil ich mache jetzt erst mal meine Hose... Weil die Hose... Okay, okay... Also, er hat mal... Dann hab' meine Hose... Dann hab' die 2 gemacht... Und ich mach' dann... Die 7 Level-Fahr mich dann... Wenn ich... Irgendwann Nenner... Oder so... Weißen... Jetzt kommt es unnötig... Oder nicht... Ja... Ja... Das ist sehr unnötig... Hätte ich auch so gemacht... Komm, ich mach' mir einfach mal ein Bow einfach raus... Also, sag' mal deine genauen Calls... Warte... Mach' ich gleich... Ich bin bei... Äh... Oh, ich weiß... Ich seh' dich, ich seh' dich ausgut... Ja... Ja... Mir fehlen 12... Mir fehlen jetzt noch 12 Level... Dann... Kann ich das machen... Also, 12 Level sind gut... Ja, okay... Ich bin jetzt One Piece P3... Und... Kann mir... Mit 7 Level dann... Das Dings machen... Ich kann... Warte mal... Wenn wir schon hier sind... Würde ich einfach nehmen... Bei... Dingsbraten... Ja, stimmt... Goldbraten... Das ist... Du kannst sogar noch ein Buch machen... Yeah... Ich... Oh, ich hatte sogar noch andere... Mach' mal bitte deinen Chest... Also, was soll ich... Hab... Ich hab' den Chest schon gecraftet... Alles gut... Oder was soll ich machen... Ja, alles gut, nehm was... Ach so, okay... Oh Gott... Oh Gott... Jees... Digga, ich bin geistig... Also, wirklich geistig angeschränkt... Ha ha, stark... Ich bin kurz Panther geworden. Was? Ja, ich würde mal sagen, du hast einfach mal recht, würde ich einfach mal so sagen. Kann man mal behaupten. Ja. Ich bin halt trotzdem ein Lava-Eimer, würde ich einfach mal so sagen. Ja, ja. Ja, gut. Ich würde dann gerne die Level sogar aus dem Ofen rausbekommen. Vielleicht komme ich in die Nähe sogar von ihr Level, weißt du? Ja. Das wäre, glaube ich, ganz gut, wenn ich was schaffe. Hier Fire wäre auch jedenfalls wichtig. Also, wie ich sage, wir werden, bis ich die Level habe, werden wir, glaube ich, auch nicht fighten. Also, so viel ist das glaube ich nicht. Ja. Ich denke auch mal, bis ich bin ich komplett entschaut und hab. Ja. Weil es wäre los, wenn ich jetzt einfach anders fighten würde. Ja, sieh die. Ich würde sagen, sieh die einfach. Ist halt auch einfach so. Ja, wir haben noch fünf Minuten, ich glaube. Ja. 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 Ja, ich würde auf jeden Fall trotzdem alle Gaps bekommen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also, ich wäre zufrieden, wenn wir in zwei Folgen fähig wären mit uns und schocken. Ja, ja. Ich werde vielleicht helfen, wenn du willst. Ja, ich brauche halt erstmal selber das Schaf, hier, äh, 3 und dann auch wirklich einsam. Ich bin bei dir eben. Ich brauche halt Pratt-Bücher und sonst halt Rüstung und Schatten und halt mein Schwerfechmann. Ja, Nachstart ist ja wirklich die Meta. Einer macht das und gewinnt und kann dann einfach so durchfarmen, wenn ein Nachstart ist, dass es die Meta. Ja, nur wenn man halt stirbt, dass halt dunsch ist. Ja, das stimmt. Also wenn der Solo stirbt am Start. Dann hat man halt im Prinzip gar nichts mehr. Noch ein Apfel, ich hab drei Äpfel jetzt. Hier Äpfel. Ja, ich baue ab und du sollst ein, das ist los. Ja, gut, ich war ja auch ab, aber... Ja, ja, ja. Weil du läufst was rum und suchst. Ja, ich spür daraus an. Genau. Ja. Guck mal, ich bin... ich hab das, wenn ich alles einsammle, dann schaff ich Level 12. Easy, hä? Ich schaff Level 12. Ich bin jetzt Level 11. Oha. Das ist nicht schlimm. Okay, Junge. Ich bin gleich Level 12, aber ich hab das auf jeden Fall. Äh, das klappt hier noch in der nächsten Folge. So, wenn er da geht schon. Was? Ich mach das ein bisschen wirr. Also, ich hab wirklich richtig Angst, weil mit diesem Sprint-Hotkey, dass ich wirklich nicht mehr mit dem Schwert schlage. Oh, Gott. Ja, das ist... Kacke. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, dass Optifan das so Probleme mit hat. Ich weiß auch nicht. So, ich hab jetzt... äh, sechs Äpfel. Ja, nass. Ja, sechs gäbe, aber wir können auch halt mehr machen, muss das halt man. Ja, ja, brauche ich mir nochmal sechs und dann. Ja, wir können ja in der nächsten Folge die Äpfel zu fahren und es dauert, wir haben fünf Minuten, dann können wir ja richtig fahren einfach gehen. Also, würde ich so machen. Ja. Das ist ne gute Idee. Bald ist es wahrscheinlich morgen oder so auch mal ne Masse wegkommt, denk ich mal. Also, musst du mal bald kommen, eigentlich. Ja, ich denk morgen, würde er die announcen für irgendwann. Ja, oder halt entweder wird er die morgen machen oder nachher irgendwie so. Ja, es fährt los, wenn er die für morgen announcen würde. Äh, wenn er die... also wenn er die morgen announcen würde für morgen. Also, ich finde, musst du eigentlich schon ein, zwei Tage vorher rauskommen. Ja. Vor allem auf der Hochladewahlraum. Ja, ich bin jetzt Level 12, CT. Nice. Ich hab einen Apfel bisher. Ich bin okay. Okay. Ich schraub hier Fire 1, dann tue ich das, äh, schrauben Knockback rein. Aber das Knockback schwer kann man bestimmt irgendwann auch mal losen. Ja, das ist selbst. Einfach nur, weil Knockback 2 ist ja nur verboten, oder? Äh, ja. Ne, ich glaub allgemein Knockback. Ich hab mal die Äpfel und das Gold in die Wecke getan. Okay, lass. Ein bisschen Gold liegt hier aber noch drin. Ich find's nur wichtig, dass du keine Strikes bekommst. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich einen Strikes bekomme. Ja, ja, aber hättest du's nicht gefixt bekommen, wäre... Und das mit den neuen... und das mit der... mit dieser 9 Minuten Folge, das ist auch... Oh Gott. Unnötig, würde ich mal so sagen. Ja. Hab ich richtig gekackt. Also, beziehungsweise, ich hab nichts gemacht. Ich hab halt durch Elite Barrow... Ich hatte irgendwie über 30 Folgen Elite Barrow auf meinem Speicherplatz und... 1000 Veilo-Clips. Und das war halt einfach alles voll. Dig, einfach Veilo hab ich auch im Moment gar keinen Bock mehr zu spielen. So faul für Veilo. Ich hab nur Cupmates. Na, aber ich bin halt kacke. Ich hab jetzt angefangen mit Veilo. Welcher rankest du? Äh, Level 14, ich bin noch unranked. Okay, ja. Also... Ja, so, wahrscheinlich. Ja, ja. Ich versuche jetzt einfach nur den Daily Win jeden Tag so, damit ich auch nicht aufklang gehen kann. Von Veilo. Das... Das Game bockt einfach gar nicht. Aber ich will einfach nur mit, äh, den Leuten aus der Klasse spielen können. Ja. Also, den Leuten aus der Klasse für die Rank? Äh, der eine ist... Ding, das, äh... Fast... Fast das höchste. Also, fast dieses höchste Ding der... Ja, ja. Also, fast... Also, das... Ja, ja, genau. Oder Sendung sozusagen. Ja, also, beim... Und, äh, einer ist Gold, einer ist der schlechte Prozessspieler und der andere Spitzelber. Also, bunte Mischung. Im Backpack liegen jetzt, äh, zweieinhalb sechs Gold und neun Äpfel. Zweieinhalb sechs Gold, wie viel machen? Ja. Ja, ich mach schon mal, äh, neun Gaps. Oh, zehn Sekunden noch. Ups. Oh, neun Gaps, neun Gaps, neun Gaps, neun Gaps, neun Gaps. Mein Gott, ich hab nicht nicht gekündigt. Ja, ich hab's auch geschafft. Wie viel können wir noch machen? Äh, wir können noch... Ich weiß nicht, wir können noch, äh... Ich glaub, noch mal irgendwie neun Gaps machen oder mehr. Ja, das war neu aus der Familie. Ja, wir können noch...